Wisst ihr was ein Müsli Riegel mit Opportunitätskosten zu tun hat und warum die Menschen wenn sie nur einen Funken bewusster wären, viel weniger Süßigkeiten essen würden? Heute erfahrt ihr es ja guten Morgen. Aber zuerst wundert Euch nicht dass ich heute mal oft so nah und manchmal so fern bin. Statistiken haben ergeben dass die Zuschauer im Durchschnitt besser folgen können und länger dabei bleiben wenn man öfter mal die Perspektive wechselt. Kostet mich zwar etwas mehr Arbeit, aber drauf geschissen wenn ihr so tickt wie ihr tickt und ich mehr Menschen erreiche mit diesem Unsinn dann probieren wir das einfach mal aus. Also wenn ihr zum Beispiel den unter den veganen beliebtesten Bananenriegel esst, den Oatsnack den habe ich Euch mal unten verlinkt, weil er so preiswert ist und durchaus auch von manchen als durchweg gesund bezeichnet wird, dann nehmt ihr innerhalb von ein paar Sekunden oder wenn ihr Genießer seid dann vielleicht auch eine halbe Minute, 261 Kalorien zu Euch. Kalorien das kennt ihr alle, das ist ein Wert für die Energie. Wenn ihr diese wieder abtrainieren bzw. umsetzen wollt, dann bedeutet dann müsst ihr ca. eine knappe Stunde draussen rumlaufen. Überlegt mal ernsthaft wie viele Menschen es als Erfolg bezeichnen wenn sie täglich eine Stunde draußen rumlaufen würden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist ein Erfolg. Wenn Du jeden Tag eine Stunde Zeit nimmst um einfach rumzulaufen ist das ein richtig großer Erfolg. Also nicht dort wo sie eh rumlaufen, zum Einkaufen, im Garten oder auf der Arbeit, nein wenn man wirklich jeden Tag eine ganze Stunde draußen extra rumläuft. Warum ich Laufen gewählt habe wisst ihr ja mittlerweile auch, Laufen ist die gesündeste Sportart aller Sportarten. Das Video dazu verlinke ich Euch in den Infokarten. Wenn ich jeden Tag eine Stunde draußen zusätzlich laufen würde dann wäre das eine enorme Leistung und ich würde denken wow Du kannst echt stolz auf Dich sein. Egal wieviel Sport ihr bereits macht wenn ihr jeden Tag noch eine Stunde mehr laufen würdet dann hat es eine gewisse Bedeutung in Eurem Leben. Ihr wisst auch gerade am Anfang wenn ihr jeden Tag rausgeht dann wisst ihr auch immer ganz genau jetzt laufe ich meine Stunde, jetzt tue ich was für meine Gesundheit. Zum Einen hat es also eine große Bedeutung diese Stunde und zum Anderen ich tue was für meine Gesundheit. Das ist ein bewusster Akt. Füllt Euch mal in das Szenario rein. Jeden Tag eine Stunde laufen. Was das bedeutet für Eure Bewusstheit immer wenn ihr loslauft das ist jetzt meine Stunde und auch dieser Erfolg ich bin jeden Tag eine Stunde gelaufen. Jeden Tag eine Stunde. Und überlegt wieviel Überwindung Euch das kostet und was das gerade am Anfang jeden Tag ist. Und jetzt vergleiche ich das mal mit dem Gefühl wenn ihr das energetische Äquivalent also einen Riegel esst wie schnell pfeift man sich so einen Riegel rein? Ist das wirklich die selbe bewusste Auseinandersetzung mit der Energie? Ich vermute bei 99% der Menschen ist dies nicht so. Da existiert überhaupt kein Gefühl für die Energiedichte von Nahrung. Unsere Nahrung heutzutage außerhalb von rohem Gemüse und Obst die ist so unglaublich energiedicht dass man in ein paar Happen seine benötigte Energie des ganzen Tages verzehren kann. 2 Tafeln Kinderschabladen und dazu eine Flasche Cola und dann hat man seine 1500-1800 Kalorien. Werdet Euch der Energie der Nahrung bewusst? Viele von uns haben unser natürliches Gefühl für Energie in der Nahrung verloren aufgrund der Tatsache wie wir aufgewachsen sind. Da schaut durchaus immer mal rein was die Nahrung die ihr esst an Energie hat und schenkt diesen Zahlen Bewusstheit. Denkt immer 1 Stunde normales Gehen draußen spazieren hat ungefähr 300 Kalorien. Habt diese Zahlen im Kopf. Opportunitätskosten. Klar ich kenne auch die Aussagen Hör doch auf Kalorien zu zählen und ernähre Dich einfach und iss was Du Hunger hast usw. Soll ich entschuldige bitte dämlich weil pauschalisierende Aussagen kommen von Menschen die entweder über einen hohen Umsatz aufgrund von Sport verfügen oder sie haben einen extrem schlechten Stoffwechsel der die Produkte durchrieseln lässt oder es sind Menschen die energiedichte Produkte verkaufen wollen. Es ist elementar dass man sich über alles bewusst wird wo man keinen natürlichen Zugang mehr hat. Und wir haben keinen natürlichen Zugang mehr zu der Nahrung und entsprechend sollten wir auch uns über die Energiedichte die wir in den Lebensmitteln vorfinden auch Gedanken machen und uns darüber bewusst einordnen und das in Relation zu dem Verbrauch setzen. Man sollte sich natürlich nicht verrückt machen, aber wenn man sichtbare größere Fettpolster am Körper hat, dann kann man sich entweder die obigen Aussagen dass man keine Kalorien zu Rechtfertigung und zum Verweilen in seiner Komfortzone braucht oder man wird dann endlich bewusst und setzt sich mit diesen Daten auseinander. Gerade ab 30 Jahre braucht der Körper weniger Energie, aber die Menschen passen sich überhaupt nicht darauf an. Bei Frauen wird während der Schwangerschaft die Fresssucht liebevoll verharmlost und endet nicht selten auch nach der Geburt in bleibenden Fettpolstern und vieles davon hängt mit der hohen Energiedichte der Nahrung zusammen. Aber das muss man sich bewusst machen. Einen süßen Riegel weglassen oder 1 Stunde draußen laufen, beides dasselbe, 200-300 Kalorien, exakt dasselbe von der Energie. Eine vom Riegel Volumen ungefähr doppelt so große kleine süße Orange hat 61 Kalorien. Macht Euch das alles mal bewusst. Schaut was Eure Lebensmittel an Energie haben. Schaut Euch an, werdet Euch bewusst wieviel Energie gewisse Lebensmittel haben. Darum gehts mir. Wie gesagt vor allem natürlich dann auch wenn Ihr Euch nicht rohköstlich ernährt. Aber auch in der Rohkost sollte man wissen dass Nüsse und Samen zum Beispiel auch sehr energiedicht sind. Ich bin gespannt auf Eure Reaktion vielleicht zu einem polarisierenden Thema. Ich bin gespannt auf Eure Reaktion. Alles Liebe Euer Christian. Ausatmета Untertitelung des ZDF für funk, 2017